also hier ist alles so weiß und so der gebäude sind auch weiß aber nicht so weiß mensch ich kann es so versuchen aber hat es nicht geklappt okay dann versuchen wir es so hey monat das müssen wir mal in real life machen so voll einfach scheiße ja toll aber das nicht schon gestern gemacht mit so einem kumpel von dir nein der ist zu dick nichts gegen dicke aber ja es gibt manche die das nicht kennen sorry ich war das als ich mache parcours auch selber so als sportart draußen aber ich hätte nicht über welcher ich bin noch nicht krank alter und außerdem geht sie überhaupt nicht wohl hier nicht so viele wildings ja wie gesagt wir wohnen ja in einem dorf was laberst du doch kein dorf ja nee wir haben über 1000 ja über weniger als 10.000 einwohner guck mal ich fick die ein tod hier ja war rf zu nürnberg der erste ffz nürnberg hier kennt doch jeder ich hasse nürnberg aber also dem den verein ich bin nicht nürnberg fern also bin mehr als zu bayern so kann die schlampe nicht in dings springen alter die wir das übelst so aus wie ein zombie vom schatten her äh 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 sie stürmann die soll mal aufgehen äh scheiss werbung ganz ehrlich grand opening lachs spray cool fehler beim lieben mann speichert die scheiße endlich mal noch eine ratte gleich nach einer katzin okay jetzt bin ich wieder draußen toll jetzt ist wieder alles weiß new eden mall ach geil weiß noch damals als nichts den neuen pc hatte und er hat gespielt und dann sind wir doch dann wollte ich doch auch mal dann sind wir hier angestiegen dann hast du doch gespielt weiß noch ja das war das erste mal dass ich nur noch selbst einen neuen pc gespielt habe nur weiß ich leider nicht wo ich hin aber ich weiß nicht wo ich immer ohne eingang ja sorry tut wirklich so jetzt weiß ich wieder entschuldigt dich zu oft ich komme nicht hoch jetzt geht es doch muss was das denn für ein bug der ich lasse nicht so dass an die das letzte leben jetzt geht es doch weiter schweiß box auch nö es war ja auch wunder so genau weiter wie die stöhnen naja da man keinen typen abdeckt muss man sich ja anders behelfen auch gott ich kann das nicht so konntest das vor einem halben jahr auch schon da hast du recht und da hast du das zum ersten mal gespielt war geht doch mensch maya unheir radio soll ich runter oder weiter laufen ein kopf war cool oh nein ich hasse diese ich will diesen koffer haben ich habe den koffer nummer drei drei von 30 was nützen die koffer keine ahnung vielleicht schaltest du es rein ich hasse übrigens diese mission das hast du mir bis jetzt in diesem let's play schon dreimal gesagt dann hat sich halt drei fach da ist einer wo ich verfolge ihn siehst du hast du diese schlampe gesehen oder der mann oder natürlich die wurde schließt es noch und ich will ab woher zum teufel weißt du dass das seine frau ist ich habe das spiel schon mal gespielt ich weiß nicht was eine frau ist ja danke dann ist das bäuer wegen dir ja ich weiß nicht ob es eine frau ist vielleicht ist es auch der gerät oder so ja wie gesagt ja wie gesagt wir das nie machen boah alter im glück ist das panzerglas aber gleich nicht verletzt also gib mir putzen aber hey wir sagen nichts welches frau ist es hier ähm ich kenne das spiel natürlich auch und ich kann euch garantieren er kennt die frau nicht ja na gut Mensch dieser scheiß Fahrstuhl Bewegung Bewegung heilige Kartoffel so so lange wurde ich ja noch nie also ich hätte mich heilige Kartoffel LP nennen sollen äh apropos heilige Kartoffel wie hat der die Kartoffel von heute geschmeckt kletter auf die oberen Etage welche Kartoffel ach ober ich hab dir doch bei Post eine Kartoffel geschickt hab ich nicht gefehlt los 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 ich muss den Postboden verzügeln da sollte man auch weniger mit unserer Freundin schlafen oder hey ein Donut sugarfrei ein Donut ohne Zucker ist doch voll schlimm und null und null trans fette wer will denn das essen alter fette Kinder ja heilige Kartoffel ich komm nicht weiter ich komm nicht weiter ich bin tot also wenn ich's jetzt nicht schaff dann dann mach ich mal Aufnahmepause kletter auf die oberen Etagen ja wie denn wie soll ich denn auf die oberen Etagen klettern was labert der Mann mach's doch mal nach du tut im Kopf wie du im Kopf also ich hab ne Idee ah da ja toll hepp dass du auch mal was hängst wieso müssen wir die Drecksarbeit für ihn erledigen du musst auf Dach fällt wir machen das wegen unserer sch verdammt wegen unserer Verschwester ja Verschwörung Verschwester ja meine ich ich bin nicht tot ah ich bin 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 stimmt ich würde so eine Stelle geben ja wohl ich würde dir auch 10.000 für dafür wie du wie oft du bei Black Ops auf Pause gedrückt hast mhm ja das war witzig ich gebe zu wir haben alle schlechte Angewohnheiten ja ich bin auf dem Dach wenigstens er hat mich reingelegt ja er hat mich reingelegt Fade man antworte doch mal du bist wie ich und ähm Monato in Skype ich antworte ihm auch nie in Skype in Skype du antwortest mir voll auf das Worten Kind ich bin ich bin ich bin m du bist scheiße du bist scheiße du bist scheiße du bist scheiße das war gerade die für dieses Ziel mit Lisa ach so ah diese Hunde wo der Hund als Geist kam du bist scheiße jawohl die Hude hat sich doch noch festgehalten und falls ihr euch fragt ja ich habe geile Kopfhörer denn auf dem rechten Ohr höre ich das was der ja unter Master LP labert und auf dem linken Ohr höre ich mein Fernseher von den Simpsons und ja mein Fernseher hat ein Kopfhörer Anschluss speichert ja und ich habe einen übergroßen Big Fernseher Deiner ist zwar groß aber meiner hat mehr Anschlüsse das heißt ich kann mehrere Sachen reinstecken ne ich habe USB ich habe 4 HDMI Anschlüsse nein ich habe sogar 4 HDMI ja 4 oder ich weiß nicht 3 oh fuck nochmal USB Anschlüsse du hast ihn noch gesehen alter der ist übel ich muss mal ein Foto machen alter ich sag euch der ist übel leider ist er leider sagt er die Wahrheit Leute ja ok der hat schon über 1000 gekostet Nämlich 3037 an die 2000 also das ist übelst der Fernseher hat sich aber gelohnt irgendwann schon mit meiner Maus nicht alter kommst du morgen was weiß ich Medienmarkt oder so ich muss mir eine neue Maus kaufen ich hole mir die Logitech obwohl ich ja auch eine Logitech habe aber na gut äh was was witzig ist ich hab dir doch heute erzählt dass meine dass mein Mausrat es nicht mehr packt ja Wohle dafür habe ich mir heute noch eine Maus von Logitech gekauft und jetzt funktioniert sie einwandfrei macht voll von der ähm zu Mausen was was denkst du was die solche Kehlen oder ist der Kehlen die haben ein Maschinengewehr oh fuck die haben ein Maschinengewehr oh fuck die haben ein Maschinengewehr hat das Ding im Hauptmann langsam gespeichert nein Ah Scheiße mein Maus nicht ich bin mir nicht sicher wohin was macht die Hure Hörstel hast du gesehen was die getan hat ja einfach mal runterjumpen sie ist auf die gelge Matte gesprungen und die den Tod wolltest du nicht langsam aufhören ja geht leider nett alles ruhig hier oben Ah oh shit vecht wir haben ein Maschinengewehr wie hat er mich gesehen Spiegel! Fuck, man! Erstmal in Deck rumgehen. Erstmal den einen Stief mal knallen. Weil ich ja so viel Aiming habe. Ja, ich mach dann auch mal gleich Schluss, Alter. Kein Bock mehr. Warte mal, bin ich da. Warte mal kurz. Bis gleich. Alter, meine F12-Taste ist voll verkackt. Hab zu fest drauf gedrückt. Hey, da sind die Bullen. Hi Bullen. Hab grad keinen Plan, wohin ich soll. Aber ich würde sagen, wir machen ab hier Schluss, ne? Ich verabschiede mich, ähm, und ich hoffe, ich muss den... Ich auch. Und wir sind stehen geblieben bei New Eden. Da keine Cutscene kommt, muss ich halt so abbrechen. Ciao, bis zum nächsten Mal.